Augen auf Medienanalyse, Podcast. Uns ging es doch noch nie so gut. Ein Text von Gabriele Löppert. Uns ging es doch noch nie so gut. Die Kinder haben doch alles. Solche und ähnliche Aussagen machen mich wahnsinnig, egal von wem sie kommen. Sich permanent etwas schönzureden zeigt bereits, dass etwas nicht stimmt. Jetzt müsste eigentlich Folgendes passieren. Die Akzeptanz dessen, was ist und die Verbesserung des Zustandes. Aber genau das kann oder möchte der sich alle Schönredner eben nicht. Jeder kennt derzeit solche Leute. Jeder geht anders damit um. Der eine kommt damit besser klar, der andere verzweifelt und den Dritten machen solche Leute wahnsinnig. Ursache für die Schönrednerei ist unser inneres Bedürfnis nach gedanklicher Harmonie. Es ist eine Art Selbstschutz zur Vermeidung innerer Konflikte. Menschen nutzen diesen Mechanismus, wenn sie merken, dass Dinge in Wirklichkeit anders sind, als sie sich das vorstellen bzw. als sie es sich wünschen oder verantworten können. Dieser Effekt zeigt sich also gerne in Situationen, in denen Menschen entgegen der eigenen Wertvorstellung handeln oder gehandelt haben und so das eigene Selbstbild gefährden. Um diesem unangenehmen Gefühl entgegenzuwirken, verändern sie dann ihre Beobachtungen und Einschätzungen so weit, dass das Verhalten wieder zu rechtfertigen ist. Tägliches Beispiel das Thema Maske oder Impfung. Einem sich alle Schönredner die Schönrednerei auszureden ist schwierig. Falls dir nicht wirklich etwas an dem Kontakt liegt, dann geh dieser Person aus dem Weg bzw. meide zumindest das betroffene Thema. Hilfeleistung ist bei sich alle Schönrednerei nichts für jeden oder jede Freundschaft und schon gleich gar keine Diskussion für Zwischentür und Angel.